Das ist nur ein Mythos, dieser ruhige, schüchterne Japaner. Das ist ja nur ein Mythos, oder so? Ja. Wenn ein Typ sieben Erektionen pro Woche hat, dann hat er vielleicht zweimal echten Sex und fünfmal holt er sich einen runter. Oder macht es virtuell. Okay, das sind aber sehr detaillierte Infos. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020